Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der Rennraderklärung. Heute geht es um die Felgenbremse. Um genau zu sein, haben wir hier die Seitenzubremse, denn am Bremssattel ist hier das Seil angebracht und damit wird hier über dem Bremshebel die Bremse betätigt. Und das funktioniert so, dass hier dieser Hebel nach unten gedrückt wird und dieser Hebel hier nach oben und ich demonstriere das mal. So kann man das wunderbar sehen. Also ich betätige hier den Bremshebel und so kann man das hier sehr, sehr gut sehen. Und auf der anderen Seite haben wir dasselbe Prinzip. Und wir sehen hier auch, dass wir hier sehr spezielle Bremsbacken haben und damit kann ich euch versichern, wird selbst so ein Rennrad wirklich gut gebremst. Also man muss es wirklich sagen, diese Bremssysteme sind zwar nicht so stark und aggressiv wie die Scheibenbremsen, aber immerhin ein Rennrad kann wunderbar mit einer Felgenbremse gut gebremst werden. Und ja, mir gefällt auch dieses System, also es sieht auch sehr gut aus und funktioniert wirklich einwandfrei, butterweich. Und ich zeige euch noch was, wenn ich hier auf den Bremshebel drücke, dann bewegt sich hier vorne das ganze System nach unten. Und so sieht also eine Felgenbremse bei einem Rennrad aus. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Liken und so weiter und so fort. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschö!